So, jetzt geht's los. Heute spielen wir Verstecken. Die Regeln sind einfach. Wenn ich den Enderdrachen besiege ohne zu sterben, gewinne ich. Wenn ich ihn nicht besiegen kann, dann gewinnt Mikey. Klingt lustig. Wenn deine Gesundheit auf Null sinkt, verlierst du? Das ist richtig, aber ich habe noch eine Frage. Macht es dir was aus, wenn ich ein paar der Geräte benutze, die ich im Lager habe? Natürlich. Was für eine Ausrüstung ist das? Ich bin bereit. Oh, du hast ein Schwert. Ich brauche nur eine Minute, um meine Sachen aus dem Lager zu holen. Danke. Ja. Ja. Wow. Nun, das ist etwas Besonderes. Ich ziehe meine Rüstung an. Oh, das klingt gut. Hier ist der Helm. Der sieht so cool aus. Er leuchtet. Meine Augen leuchten. Das ist der Wahnsinn. Ich habe auch ein paar Werkzeuge zur Auswahl. Wow. Meine Rüstung macht mich schneller. Ich sollte langsamer werden. Was für ein tolles Schwert. Ein glänzender neuer Bogen. Hier ist eine Spitzhacke. Und eine Schaufel. Was ist das? Eine Axt. Und zum Schluss noch eine Hacke. Als nächstes kommen ein paar Enderperlen. Was sind das für welche? Die sehen mächtig aus. Und dann gibt es noch einen endlosen Eintopf für meine Gesundheit. Perfekt. Wow. Das ist also meine Ausrüstung. Super. Hey, Mikey. Ja? Wie sehe ich aus? Wow. Cool. Das ist toll. Darf ich das benutzen? Klar. Das sieht nach viel Spaß aus. Was kann das alles? Ich zeig's dir. Bist du bereit? Ja. Dann los. Los geht's. Juhu. Du bist zu schnell. Oh, wow. Ich habe Flügel. Warte. Komm zurück. Eine Sekunde. Oh, da ist ein Dorf. Wirklich? Hier bin ich. Hey. Guck mal nach hinten. Hier, Mikey. Mir wird schwindelig. Ich sollte mal den Bogen ausprobieren. Klar. Das ist ein Bogenkampf. Wer ist wohl stärker? Ich bin echt gut mit dem Bogen. Autsch. Wow. Schau dir das an. Cool. Was ist das? Nein. Hallo? Was war das denn? Dieser Bogen. Er ist so stark. Pfeile regnen herunter, wo immer ich schieße. Wow. Das ist unglaublich. Nicht fair. Ich glaube, ich kann fliegen. Ist das schön. Trotzdem sollte ich dieses Dorf finden und etwas zu essen machen. Wow. Oh, da ist es. So, da wären wir. Mal sehen, wie stark diese Hacke wirklich ist. Was? Nichts Besonderes. Naja. Ich glaube, diese Hacke ist nur eine... Wow. Cool. Das ist ziemlich erstaunlich. Sie pflügt den Boden. Kann man damit auch ernten? Nein, nicht auf großen Flächen. Aber ich werde das ganze Dorf pflügen. Ich habe das Gefühl, die Dorfbewohner werden es zu schätzen wissen. Wow. Schau mal, wie viel ich davon in Ackerland verwandelt habe. Das ist genial. Was hast du vor, Mikey? Ich bin weit weg von dir. Das klingt verdächtig. Warte. Wo bist du? Ich werde dich schlagen. Da. Da bist du. Ich kriege dich. Was ist das für eine Waffe? Boom. Nein. Wow. Schau dir mein schwarzes Loch an. Was ist das? Es ist überall. Was macht es? Es bedenkt mich. Ist es das? Wow. Es hat mich in den Himmel geschleudert. Das schwarze Loch hat das alles gemacht? Wow. Was ist passiert? Oh, es hat ein Schwein verschluckt. Die schwarzen Löcher sind verrückt. Was? Das kann auch nicht wahr sein. Unglaublich. Es ist so stark. Juhu. So, jetzt geht's weiter. Ich probiere die Spitzhacke aus. Diese Spitzhacke ist... Wahnsinn. Auf keinen Fall. Wow. Die kann mit einem Schlag ein ganzes Haus abreißen. Tut mir leid, dass eure Häuser kaputt sind, Dorfbewohner. Lass mich nachdenken. Ich sollte wohl etwas Holz sammeln. Ich nehme die Axt. Wow. Ich habe den ganzen Baum auf einmal gefällt. Das sollte ich mit in den Dschungel nehmen. Ja. Endlich habe ich es in den Dschungel geschafft. Oh. Ich schätze, ich werde keinen Qualschaden erleiden. Wow. Oh, schau dir das an. Mikey, diese Axt ist der Wahnsinn. Wirklich? Selbst diese riesigen Urwaldbäume. Die sind mit einem Schlag gefällt. Wow. Das rockt. Was ist denn hier los? Wow. Unglaublich. Ich sehe was. Das kann doch nicht wahr sein. Ja. Ja. Ich kann gar nicht glauben, wie viel Holz ich habe. Das ist mehr, als ich jemals brauchen werde. Ja. Da ist Mikey. Hab ich dich. Das ist kein sehr sicherer Platz zum Stehen. Warum? Warum? Deswegen. Hey. Nein. Was? Was? Ja. Was war das denn? Oh. Ich habe eine Höhle gefunden. Hm? Alles dank dir, Mikey. Im Ernst? Hm. Ich muss mich mal auf die Suche nach Diamanten machen. Wow. Wo bin ich? Diese Spitzhacke-Rock. Die ist echt stark. Guck mal, wie tief ich komme. Oh oh. Ich bin durch den Bedrock gebrochen. Warte mal kurz. Ich kann fliegen. Das hätte in einer Katastrophe enden können. Puh. Was für ein Glück. Oh. Oh, ich habe Diamanten gefunden. Die nehme ich besser mit. Warte. Was ist denn? Zuerst muss ich eine Plattform schaffen, auf der ich stehen kann. Dann muss ich diese Spitzhacke wieder in den normalen Modus bringen. Wenn du genau hinschaust, steht in der Beschreibung Fortune X. Das ist also super duper Glück. Es wird Zeit, diese Diamanten abzubauen und zu sehen, was ich bekomme. Wow. Oh, was ist los? Jetzt habe ich zwei große Haufen Diamanten. Wirklich? Ich habe insgesamt 128. Du machst Witze. Schau dir die vielen Diamanten an. Was für ein Glück. Ja, dann muss ich Obsidian finden, um in den Nether zu gelangen. Gibt es hier Obsidian? Ich muss nur weitergraben, bis ich welchen sehe. Oh, ich sehe Lava. Hier muss es Obsidian geben. Wasser gibt es auch. Ich habe eine Idee. Ich muss das Eisen einschmelzen. Jetzt, wo ich einen Eimer habe, kann ich Wasser holen. Aber ich muss doch ein Lavabecken finden. Ich werde über der Erde suchen. Juhu. Wow. Es ist fast Nacht. Wo kann ich Lava finden? Oh, ich habe welche gefunden. Ich gieße mein Wasser. Wow. Perfekt. Jetzt werde ich den Obsidian abbauen. Hey, rate mal, was ich gerade entdeckt habe, Mikey. Meine Rüstung scheint immun gegen Lava zu sein. Wirklich? Auf keinen Fall. Ja, auf jeden Fall. Das war genug Obsidian. Zeit für mich, mein Nether-Portal zu bauen. Ich mache es so groß wie möglich. Warte nur. Ja, das Portal ist fertig. Alles oder nichts? Alles klar. Meine Reise durch den Nether beginnt. Das Wichtigste zuerst. Ich muss eine Nether-Festung finden. Hm. Hier ist eine. Jetzt muss ich nur noch ein paar Lohnen jagen. Sehr gut. Hoffentlich lassen die ein paar Lohnenrouten fallen. Mal sehen. Scheinbar finde ich keine. Was ist los, Mikey? Ah, nichts. Ah, Lohnenrouten. Endlich habe ich welche gefunden. Ja, diese Lohnen sind besiegt. Moment mal. Habe ich da unten gerade Mikey gesehen? Ja. Du hast mich gefunden. Hahaha. Oh nein, das ist nicht gut. Was hast du jetzt vor? Laufen. Tja, Mikey ist wohl weg. Ich werde weiter so viele Lohnenrouten sammeln, wie ich kann. Ist das TNT? Ja. Ich jage den Lohnspauner in die Luft. Warte, ich brauche das, Mikey. Wow. Ja, ja, ja. Du hast ihn zerstört. Wie konntest du nur? Hurra. Das ist schlecht. Ich habe es geschafft. Wie soll ich jetzt irgendwelche Lohnen finden? Hä? Ah. Ja, Mikey ist tot. Du hast mich erschossen. Was mache ich mit dem kaputten Lohnspauner? Unglaublich, dass mein Plan funktioniert hat. Oh, Lohn. Ja. Was? Dieses Schwert ist echt stark. Was macht es so stark? Das kann nicht sein. Hier steht, dass es unendlichen Angriffsschaden hat. Ich könnte mit einem Hieb alles auslöschen. Nicht fair. Ich habe acht Lohnstäbe. Schau, Endermen. Ich muss sie besiegen und mir ihre Enderperlen schnappen. Na also, ein Treffer. Wirklich? Oh, ich habe einen. Wow. Ich habe nur einen. Der Plan ist einfach. Enderperlen sammeln, bis zum Ende gehen und dann den Enderdrachen töten. Was ist dein Plan, Mikey? Du willst meinen Plan wissen? Du wirst schon sehen. Ja. Das ist verdächtig. Was hast du diesmal vor? Mein Plan ist perfekt. Oh oh. Ich habe dich gefunden. Aha. Los geht's. Was? Ja. Warte mal kurz. Ja, ja, ja. Beschwörst du einen Wither? Ja. Im Ernst? Er wird uns beide vernichten. Das ist das Einzige, was dich besiegen kann. Warte, du hast ihn wirklich beschworen? Ich weiß nicht, ob ich ihn besiegen kann. Diese Wither werden dich holen. Oh nein. Ja. Es wird Zeit, noch mehr zu beschwören. Ich glaube, ich kann ihn mit einem schwarzen Loch besiegen. Wirklich? Los, Wither-Ammi. Los. Warte, was? Ich glaube, ich muss den Bogen nochmal benutzen. Wither für den Sieg. Warte, Mikey. Mach langsamer. Mein Bogen geht nicht mehr. Ja. Hast du einen anderen herbeigerufen? Wither, Angriff. Oh oh. Rütte mich. Schwarzes Loch. Schnapp ihn. Warum wird der Wither nicht in mein schwarzes Loch gesaugt? Komm schon. Der Wither ist zu stark. Was soll ich tun? Verschwinde, Wither. What? Angriff. Es wird Zeit, dass ich mein Schwert ziehe. Du kannst ihn nicht aufhalten. Ja, mit nur einem Hieb. Ich rufe einen anderen. Wow. Schon gut? Dieses schwarze Loch sollte sich jetzt um sie kümmern. Oh. Ich mache mehr. Das sind zu viele Wither. Komm her. Rette mich. Wow. Unglaublich. Auf geht's. Auf Wiedersehen, Wither. Gegen mich haben sie keine Chance. Auf keinen Fall. Ich bin explodiert. Du bist explodiert, Mikey. Ah, meine schwarzen Löcher funktionieren. Was ist denn los? Ja, ich gewinne. Im Ernst? Aber mein Plan. Wow. Er lebt noch? Da. Die waren gar nicht so schlecht. Hä? Es ist an der Zeit, dieser Enderman zur Strecke zu bringen. Ja. Dieser Enderman gehen unter. Nur noch eine Enderperle. Ich habe schon fast zwölf. Machen wir es ein für alle Mal. Oh oh. Ja, das sind zwölf. Du bist stark. So, jetzt, wenn ich den Lohnstaub und die Enderperlen kombiniere, kann ich jeder Richtung folgen, in die das Auge des Enders geht. Das bringt mich zum Ender. Oh, da. Ich folge ihm besser. Äh, Moment mal. TNT? Ich habe ihn verfehlt. Oh oh. Mikey. Ich kriege dich. Das überlebst du nicht. Ja, du hast mich nicht getroffen. Los, schwarze Löcher. Ich bin ihn ausgewichen. Wow, das ist ziemlich wow. Ausweichen. Ah, ich bin gefallen. Oh, gut. Warte. Es regnet Pfeile. Oh nein. Piu. Oh Mann. Das war knapp. Dank dir, Mikey, weiß ich gar nicht mehr, wo ich hin soll. Juhu, mein Plan ist aufgegangen. So. Okay, fast geschafft. Auf geht's. Ich versuche hier noch einzuwerfen. Los geht's. Oh, sieht so aus, als ob die Festung unter Wasser steht. Ich fange besser an zu graben. Juhu. Silberfische. Das muss bedeuten, dass ich näher komme. Oh, cool. Da ist sie. Eine Unterwasserfestung. Warte mal kurz. Hoffentlich habe ich nicht aus Versehen das Tor zerstört. Ich muss vorsichtig sein. Wo bist du, Mikey? Ach, ich. Zeit vertreiben. Was? Okay. Ja. Wo finde ich das Endportal? Ich suche weiter. Oh, Mikey. Du hast mich gefunden. Was ist denn los? Nichts. Wo ist das Endportal? Wer weiß. Warte. Ja. Geh da nicht rein. Wo ist es? Oh, hier. Oh, oh. Endlich habe ich ihn gefunden. Warte. Halt. Halt. Meine Verteidigung ist echt stark. Lava tut nicht weh? Nein, überhaupt nicht. Im Ernst? Wow. Wenn nichts hilft, muss ich dich schlagen. Hör auf damit. Ich brauche noch einen. Ja. Wo warst du? Meine eigene Lava hat mich verbrannt. Mikey hat sich selbst ausgeschaltet. Los geht's. Ja. Geschafft. Wow. Es ist Zeit, dem Ende ins Auge zu sehen. Ich werde versuchen, die schwarzen Löcher zu benutzen, um den Enderdrachen zu besiegen. Ich werde dich aufhalten, bevor du die Kristalle zerstörst. Ich glaube nicht, dass ich sie zerstören muss. Warum nicht? Weil ich ihn mit einem Schlag besiegen werde. Wenn du die Endkristalle nicht zerbrichst, halt der Enderdrache. Ja. Ich kriege dich, AJ. Ich muss ihn besiegen, bevor er heilt. Schau, wie viel Schaden ich anrichte. Der Enderdrache ist schwer zu besiegen. Du hast recht. Vielleicht benutze ich ein schwarzes Loch. Er zieht sich zurück. Das ist meine Chance. Machst du Witze? Ach, nenn sie mal. Du gewinnst zu schnell. Wow. Der Enderdrache wurde verschluckt. Das ist nicht gut. Warte. Aufhol. Oh. Ich hab's geschafft. Habe ich noch eine Chance? Der Enderdrache ist weg. Hä? Wie soll ich ihn jetzt töten? Ich habe gewonnen! Wenn euch das heutige Abenteuer gefallen hat, lasst einen Like da und ein Abo. Außerdem kannst du uns auf Twitter, Instagram und TikTok besuchen. Wann immer du willst, mit den Links in der Ecke. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.